Wer ist Junker und was haben wir von ihm zu erwarten? Schauen doch auch wir mal näher hin. Sein berühmtes Zitat wurde bis heute weder relativiert noch zurückgenommen. Er sagte, wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.